Funktioniert der Aktor auch ohne Download am funktionsfähigen KNX-Bus? Im Auslieferzustand der Aktoren ist eine Baustellenfunktion aktiv geschaltet. Das heißt, wenn ein Tastsensor mit dem Aktor über die KNX-Bus-Leitung verbunden wird, lassen sich, auch ohne vorher mit der ETS ein Programm übertragen zu haben, alle Kanäle zentral schalten. Die Gruppenadresse ist hierfür 30-0-0. Nach einem Entladen des Applikationsprogramms mit der ETS ist das entladene Gerät ohne Funktion.